Hallo, ich bin Kerstin Docho, ich bin die Zahnärztin in dieser Praxis, habe mich jetzt mit der Praxis hier auch spezialisiert auf den Bereich Kinder- und Jugendzahnheilkunde. Einen besonderen Schwerpunkt lege ich hier immer ganz gerne auf die Prophylaxe und auch wirklich sauber und ordentlich geputzte Zähne, weil man dann gar nicht erst Probleme mit irgendwelchen Löchern in den Zähnen der Kinder bekommt. Kinder brauchen wir uns keine Angst vor dem Zahnarzt haben, wir fangen erstmal ganz einfach an, machen am besten erstmal Prophylaxe-Sitzungen, dass die Kinder uns kennenlernen können. Wenn dann doch Löcher da sind, behandeln wir diese schonend und kindgerecht. Es wird vorher immer alles erklärt, daher braucht man keine Angst vor uns haben.